Kopf einziehen gleich, ganz tief runter, ganz tief runter. Ja, ist nicht ungefährlich. Kilometer 58,8, ein Biwakplatz oberhalb. Ja, ist nicht ungefähr, ganz tief runter. Ja, es ist etwas ... Was denn? Okay, alles wird gut. Stopp! Achtung, ich muss meinen Kopf auch noch da drunter bekommen. Und abstoßen. Was hast du? Okay. 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 3, 4. Und links rüber. Links, links, ja. Oh, super. Ja. 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 Wird schwierig, aber abbremsen. Pass auf. So, jetzt zieh dich unter durch. Ja. 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 Achtung! Am Baum stoppen. Ich sehe nichts, warum müssen wir hier hin, warum müssen wir rüber, das schaffen wir nicht. Ah, ich weiß nicht, jetzt tut es mir ziemlich fest. Ich muss immer aussteigen. So, rüber. So, weiter hundert bisschen, weil die Fahrer sonst ist gut, die müssen wir vorbeilassen. Das macht keinen Sinn. 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 Musik 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 Der meandert auch schön hier durch den Naturpark Okay, jetzt haben wir ein Hindernis Ja, da kommen wir durch Musik Oh, okay, etwas aufgelaufen, kein Problem und links abstoßen Ab jetzt Ich bin dumper Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, den habe ich zu spät gesehen Fuck Aber der drückt runter Oh, den habe ich zu spät gesehen Rechts oder Mitte? Ja, ich weiß, da müssen wir rüber Oh, das wird, das wird Jetzt hier rüber auf Gas gehen Ich schaffe es Ich schaffe es, ich schaffe es Wieder Stämme Ganz links Oh ja, kann man Stoppen Rechts stoppen Ich schaffe es, ich schaffe es Ich schaffe es, ich schaffe es Stoppen Ich schaffe es, ich schaffe es Ich schaffe es, ich schaffe es Musik Musik Okay, war das das? Jawohl Und packen Ne, da muss ich es nochmal drinnen Ach, wir sind schon da, okay Okay, der erste große Biwakplatz nach 19, 20 Kilometer Oh, okay Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir gehen auf etwa drei Kilometer vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eisvogel, ich seh ihn, ich seh ihn von hier, oh ist das toll, ja ganz leise. Jetzt ist er weggeflogen, fliegt den Fluss hoch, runter. Ja. Sehr gut. Ja. 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 Musik 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 Okay, unser heutiger Biwakplatz, das Feuerholz ist ordentlich gesorgt und das Feuer brennt Großartig!